Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Spiel sie mir gerade vor. Das ist super. Und ob das super ist? Das sieht toll aus! Ich hätte nie gedacht, dass das so ein großes Ding wird. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wir jetzt was miteinander anfangen. Ja, also nein. Jedenfalls nicht klug. Und ich bin im Augenblick mehr so auf klug gepolt. Also mal hören. Ab jetzt ist Magical Mystery Time. Ein Schluss. Diese Mucke hier. Die halten die Astros aus. Die ال Untertitelung des ZDF, 2020